Willkommen zu Next Generation und er ist der Shooting-Star. Julian Köster, damals aus der zweiten Liga, rein in die Weltspitze. Dass er das Potenzial dafür hat, das wissen wir seit 2019. Da war er im All-Star-Team der U19-WM. Für ihn, sagt er, das i-Tüpfchen auf den Gewinn. Drei Fun-Facts hat er uns verraten. Wo er ist, muss Ordnung sein. Er wird gern mal nach Amerika und hört gern Podcasts. Julian ist über zwei Meter groß, Riesentyp, aber doch ein bisschen schüchtern. Er erinnert schon so an sein großes Vorbild in dessen jungen Jahren, Dirk Nowitzki. Bevor er für Deutschland auf die Platte geht, gibt's immer Nudeln. Und dann spielt er im Angriff und in der Abwehr eine Toprolle. Da, wo der Trainer ihn halt gerade braucht. Julian Köster.